Guten Morgen ihr Lieben, gestern war ich hier auf dem Hochkar und weil der Ötscher gleich in der Nähe ist, geht es heute auf den Ötscher rauf und ich habe hier übernachtet. Es war sehr schön das Zimmer und das Frühstück auch sehr gut und der große Vorteil ist, dass hier gegenüber gleich die Lieferstation ist zum Ötscher, ich zeig es euch mal. Also wir müssen da wirklich nur über die Straße gehen und fahren dann mit dem Sessellift rauf. Musik 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 Den sehr felsigen und steinigen Teil haben wir jetzt hinter uns gelassen und ihr seht es da jetzt hinter mir da müssen wir noch rauf und dahinter ist dann das Gipfelkreuz also es ist nicht mehr so weit also die Aussicht von hier ist natürlich fantastisch wir haben schon seit einiger Zeit auf allen drei Seiten eine herrliche Fernsicht ist wirklich ein Wahnsinn wir haben es geschafft und sind jetzt am Gipfel auf 1893 Meter dann Musik 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 Wir machen uns jetzt endgültig auf den Rückweg. Wir waren gerade bei der Bergstation vom Sessellift und beim Ötscher Schutzhaus. Und jetzt geht es diesen Schotterweg runter. Und ich zeige euch mal den kleinen Ötscher. Wir waren ja jetzt am großen Ötscher oben. Das ist ein kleiner Ötscher. Und von hier aus sieht er eigentlich auch ziemlich hoch aus. Der Rückweg ist eigentlich auch nicht so ohne. Es ist jetzt vom Ötscherschutzhaus ziemlich steil bergab gegangen teilweise. Jetzt ist es schon flacher geworden auf dem Schotterweg. Und der Aufstieg war natürlich auch ziemlich anstrengend, weil er einfach so felsig war und so viele Höhenmeter hinauf. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus, auf den Ötscher hinauf zu gehen, weil die Aussicht und die Gegend am Gipfel selber, diese weite Fläche, ist wirklich sehr schön. Also wunderschön. Zahlt sich schon aus, ist aber natürlich auch anstrengend. Jetzt ist es nicht mehr weit. Wir gehen nur mal 15 Minuten bis zur Talstation vom Lift. Da, wo man die gelben Schirme sieht und das gelbe Haus, das ist unsere Pension und gegenüber ist der Lift. Ja, wir sind jetzt wieder unten am Parkplatz angekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre es super, wenn du ihm einen Daumen nach oben geben würdest. Und du kannst auch gerne den YouTube-Kanal kostenlos abonnieren. Würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Wanderung. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.